So, da sind wir wieder mit Let's Play Portal 2 oder was auch immer. Wir sind jetzt bei unserer Überraschung in diesem wunderhübschen Raum angelangt. Ich habe da hinten schon mal eine Brücke hochgezogen, damit das kleine Freundchen da unten uns nicht gleich abschießt. So, gehen wir uns mal umschauen. Was ist wir hier? Am Anfang würde ich mal sagen, wir müssen erstmal da rüber, weil wir brauchen Würfel. Ja, da lang. So. Da sehen wir den kleinen Störenfried. Zudem kommen wir noch. Holen wir uns erstmal ein paar Würfel. Ah, okay. Was vergessen. Da ist hier eins. Und da eins. Und noch ein paar Würfel. Das sieht doch schon besser aus. Jetzt können wir die Wand abhauen. Dann machen wir schon mal den ersten. Bist du ruhig. Ich mag mich mit dir spielen. Hör auf. Aus. Wir holen uns erstmal den Laser hier raus. Wir holen uns erstmal so quer. Kriege ich ihn denn da rüber? Ja. Mal schauen, ob das funktioniert, was ich vorhabe. Wohl. Wohl. Egal. Wir holen uns erstmal wieder ab. Boah. Das war blöd. Das war sehr blöd. Sehr, sehr blöd. Lass mir hier noch eine Portalfläche hinmachen. Alles du auf. So, jetzt grillen wir den da hinten erstmal. Und ich ihn auch treffen würde. Danke. So. Jetzt haben wir ja zwei Würfel und sowas hier. Was heißt? So. Wollen wir mal den jetzt zum Beispiel? Moment. Also den brauche ich, um hier rauszukommen. Aber den kann ich ja schon direkt da rüber. Ja. Passt. Dann habe ich den noch und kann den da oben ansetzen. Gucken wir mal rüber. Ja, ja. Lang nicht mehr gespielt, ne? Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Probier ich jetzt kurz da rüber. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Und da sehe ich, da stehe ich gerade auf dem Schloch. Ich muss aber irgendwie eine Brücke rüber passen. Das geht doch nicht. Die ist doch nur quer. Oder? Okay. Ja. Ich sage mir dazu jetzt mal nichts. So. Und auf in die nächste Kamera. Die Sache, dass momentan so wenig Videos kommen, liegt daran, dass ich wegen meiner Arbeit so und wenn er von ihm da aufhören kann. Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Jetzt muss man den halt erst mal reden. Nein, darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mache gerade Pause, Kumpel. Pause. Du bist ein Nanobot. Also wie gesagt, wenn, dann kann ich nur am Wochenende aufnehmen, wegen der Arbeit und momentan bei dem Wetter, hat man auch nicht immer Lust, gerade mal am Wochenende mal Zeit hat aufzunehmen. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Wie du das sagst. Ach, diese Kamera, die ist auch lustig. Naja, fangen wir mal an. Den brauchen wir jetzt erstmal dort drüben. Kommen wir, glaube ich, noch so hoch, endlich recht hin. Also gehen wir erstmal so hoch. Ziehen wir den jetzt rüber. Und wieder runter. So, jetzt fahren wir mal die nächsten Höhe von da oben. Oder ist nochmal das Ding da immer weg. Ich fühle mich so beobachtet hier. Und dann holen wir den da kommen ohne Katapult hin. Ich muss mich da oben durch, oder muss ich mich da oben hochschießen? Doch, da muss ich mich schon hochschießen. Oder erstmal in den Büffel hochschießen. Und dazu brauchen wir mal das da. Schießen wir den jetzt erstmal rein. Das war so jetzt nicht geplant. Reicht das von der Zeit her? Jo, reicht von der Zeit. Blau ist weg. Blau ist weg. Blau, 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 blau. Drüben. Schießen wir uns doch noch rüber. So, dann sch- Aua. So, dann jetzt den da rüber. So, dann brauchen wir doch da oben den Würf. Äh, dann brauchen wir doch da oben den Würf. Äh, weg. Und... Reicht das, reicht das? Ja, reicht. Sehr schön. Erstmal noch Portale grillen, äh, Turrets. Ich hab's ja irgendwie so. Alle tot. Gut. So, dann... Auf zum letzten Sprung. Erstmal wieder. Pss. Und... Blau. Tadaa. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Für einen? Okay. Für mich also. Jo. Das war den Abschnitt, der eigentlich auch bald beendet hat. Vier Kommandos Weekly. Ne. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht. Die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Och, nö. Ich bin das erste Mal in diesem Raum, weil ich bin fast verzweifelt. So. Aber wenn man eigentlich weiß, wie es geht, ist relativ simpel. Ich kann auch nicht auf wenn. Wie war das noch? Die Mitte fehlt. So. Haben wir alle drei. Gut. Wie gesagt, erst mal in dieser Kammer. Ich... Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen. Und sich von allem Überflüssigen trennen. Okay. Drei. Okay. Das kriegen wir noch hin. Vielleicht schaffen wir es sogar noch klar, das Gegenüber zu treten. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche, wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Und echtem Konfetti. Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Ah, geht schon los. Grüezi. Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Wirchmai. Hey, Blecheimer. Ich kann dich hören. Hört sich an einem guten Bladern. Wo lang? War lang. Na los, na los! Lauf! Ich schließe die Türen. Nur noch mal für Elo. Wir beide sind auf der Klub. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiter rennen. Okay. Äh, mal eben kurz zu den Plänen, die ich in Fettro habe. Die deaktivieren ihre Turmproduktion. Die deaktivieren ihr Nervenklapp. Und dann treten wir ihr gegenüber. Hört sich an einem guten Bladern. Ich bin mal gespannt. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Oh, ein Herzchen. Äh, was? Für wie umhält ihr uns eigentlich? Ja, wenn wir so dumm sind und den Plan befolgen, kriegen wir einen Erfolg. Aber ich habe den Erfolg schon von daher her. Heut mal nicht. Hier lang. Hier lang ist immer gut. Okay. Was sagt die Uhr? Ein paar Minuten haben wir noch. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Jetzt halt das jetzt schon wieder für längere Videos freischalten. Ja, ich habe Angst. Aha! Aha! Ja, ja, ja. Nicht stressen. Ich höre Schüsse. Ein bisschen spät, aber pass auf die Schüsse auf. Auch wenn es zu spät ist. Ich habe es zumindest versucht. Ja, ich danke dir. Äh, jetzt müssen wir noch einen Weg nochmal finden. Was denn was gewesen sein? Oh, jetzt fängt es wieder an zu lecken. Ja, geht's gut. Super, los! Bist du. Da, ja. Hier lang, hier lang! Schütze, oder? Laufend, laufen, 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 laufen. Panik. Nehme ich doch einfach mit. Da gotten nicht dran. Ja, ja. Wink? Win. Hilfe! Yes! So, wir haben es geschafft. Spielen es durch. Auf Wiedersehen! Na, machen wir jetzt. Auch nicht? Nein, wir sind. So, gucken wir mal, wo kommt man jetzt noch hin? Ah, hier. Okay. So, bevor wir da reingehen in den nächsten Ladebürelchen, würde ich sagen, beende den Part jetzt hier einfach mal. Und dann sehen wir im nächsten Part, wie es weitergeht. Bis denn denn. Tschö, tschö.